Also ich bin motiviert, ich habe den Biss, ich habe den Ehrgeiz. Ich will das unbedingt. Ja, sicherlich ist es hart, sicher. Aber man wächst mit den Herausforderungen. Die Mutter hat schon ein bisschen Angst, aber ich weiß, sie ist vernünftig und sie wird es schaffen. Ich bin beschlotternd an den Knie, wenn die Julia fährt. Und duziehst nicht aus der Weitstrosams von der Knie-Jaik automatically. Nein, nein... Sie sind egal, ihr müsst sehen. Untertitelung des ZDF, 2020